Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Armraam Crew. Willkommen zur Eventvorstellung, zum Event das Lux Refugium, das am 4.1. um 14 Uhr startet und am 10.1. ändert. Ja, das ist das erste Event im Jahre 2018. Die Schwierigkeit ist mittel und wie konnte man denn überhaupt zum Event? Einmal über den nicht vorhandenen Eventblatt, sondern Zugang über die Farm, über das Häuschen hier. Dann einmal über die Newsseite oder durch die Eventuhr. Ab welchem Level ist das Event? Ab Level 50. Puh, krasse Scheiße, ich bin froh, dass ich Level 97 bin, dass ich da teilnehmen kann. Ja, machen wir direkt weiter mit dem Eventrop. Der Eventrop ist nämlich der Fisch Keks, den man auch an seine Nachbarn schicken kann. Hier sehen wir dann die Preise im Farm Ausstatter. Dann gibt es natürlich noch eine Eventpflanze, nämlich Brennnessel, die alle 5 Stunden 80 IP auf einem 4er Feld bringt. Das Geile daran ist, nach dem Event bleibt die Pflanze im Spiel. Ab Level 49 ist sie dann freischaltbar und die bringt dann alle 5 Stunden nur noch 32 IP auf einem 4er Feld. Dann das Luchsfutter braucht man auch für das Event und das bleibt natürlich logischerweise auch nach dem Event drin, denn man bekommt ja durch das Event den Luchs-Stall. Ja, für das Luchsfutter benötigt man 250 Brennnessel und 19 Fischkekse. Nach dem Event benötigt man dann nur noch 20 Brennnessel und 6 Eicheln und das Futter dauert insgesamt 6 Minuten. Hier sehen wir dann die Event-Körbe. Es gibt wieder 4 Stück, das ist ja schon normal eigentlich. Falls ihr wissen wollt, was sich dort drin befindet, dann haltet einfach ganz kurz das Video an. Weiter geht es mit dem Eventaufbau. Ja, hier sehen wir so ein Skihäuschen oder wie auch immer. Und hier kann man erkennen, dass es insgesamt 4 Aufgaben geben wird. Was man da abgeben muss, schauen wir uns später mal genauer an. Hier oben benötigt man, das sind die Dinge, was man benötigt, nämlich Brennnessel, ähm, seinen Namen wieder vergessen, irgend so ein Lucha und die Fischkekse. Dann geht es weiter mit Aufgabe 1. Bei dieser Aufgabe benötigt man in Stufe 1 500 Brennnessel und bekommt dann den Sticker und 4 Look-Stelle, die man für die nächste Aufgabe benötigt. Und bei der nächsten Stufe, bei der zweiten Stufe, bekommt man dann 2 gelbe Upgrades. Und bei Stufe 3 das erste Item. Dann weiter mit Aufgabe 2 in Stufe 1. Also bei der Aufgabe muss man jetzt eben nur diese Luchse abgeben, deswegen hat man gleich 4 Stelle bekommen. Bei Stufe 1 bekommt man dann 2 mal das Naschwerk, also die Produktionsstätte. Und in Stufe 2 erhält man dann ein gelbes Upgrade und in der dritten ein zweites Item. Dann Aufgabe 3 benötigt man jetzt logischerweise diese Pfotenpops. Hier bekommt man jetzt keinen Stall mehr und keine Produktionsstätte mehr, sondern hier Party-Tickets und 4 mal Tick-Ressl-Stahl-Krom und in der letzten Stufe ein weiteres Item. Aber es gibt ja noch eine Aufgabe, nämlich Aufgabe 4. Hier braucht man nochmal alles. Luchs, Pfotenpops und Brennnessel. Hier gibt es auch wieder tolle Preise. Vor allem, es gibt Luchstahl-Orange und nochmal ein Rechenwerk, sage ich schon, Naschwerk-Gelb. Und natürlich noch eine Event-Wolkenreihe, die echt richtig geil ist und ich würde sagen, die schauen wir uns auch direkt an. Dann gibt es insgesamt drei Stück. Einmal das hier Pfotenpops für alle, das alle 10 Stunden 1740 EP bringen wird. Dann der listige Luchs, der bringt alle 10 Stunden 800 EP. Und dann noch ein weiteres 1x2-Item, nämlich Fairlux, das alle 10 Stunden 1700 EP bringen wird. Hier sehen wir dann die Wolkenreihe Luchs-Refugium, die alle 24 Stunden 22.000 EP sowie 22.000 Tropen-EP und eine Verbrauchsgüterbox 2 bringen wird. Was dort drin ist, kann sein, einmal ein Party-Ticket, ein Susi-Super-Dünger, ein Super-Futter, ein Stern, ein Super-Dünger, eine Goldene-Banane, ein Farm-Taler oder ein Turbo-Dünger. Natürlich nicht zu vergessen ist der Event-Sticker, den wir hier erkennen können und der gefällt mir echt richtig gut. Aber ich würde sagen, zu guter Letzt schauen wir uns natürlich noch die ganzen Ställe an. Luchs, da gibt es ja drei Ställe, einmal dann das normale Upgrade, dann Gelb und Orange. Schauen alle drei meiner Meinung nach richtig, richtig geil aus. Da würde ich sagen, gucken wir uns mal die Produktionsstätten an, nämlich Naschwerk. Ja, es gibt ein Naschwerk, zwei Orange, aber leider nur im Farm-Ausstatter für über 200 Tulp-Gold, wenn ich mich recht erinnere. Und das Lustige daran ist, Naschwerk, zwei Orange, dauert drei Stunden, 22 Minuten und 30 Sekunden. Wie man auf so eine behinderte Zahl kommt, ich habe echt keine Ahnung. Ähm, ja, das war es eigentlich, das Lux-Refugium. Schwierigkeiten Mittel, ich glaube, das ist auf jeden Fall machbar. Weil der Lux-Stahl dauert ja auch nur 10 Stunden. Ohne Wasser ist das, glaube ich, immer berechnet. Und wenn man auch mit Wasser dauert, es ja nochmal kürzer. Eigentlich gesagt, das ist auf jeden Fall machbar. Ähm, ja. Würde ich sagen, war es das mit dieser Event-Vorstellung. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö, mit Ö. Tschö, mit Ö.